so also wie gesagt rückwärts da sehr maschine und halten sie mal kurz an die fangen und stück auch anhängen was mache ich fanden sie noch ein stück zurück gut können sie die anhängen jetzt warten sie ist immer ein stück raus fangen sie einfach mal mitten auf den hof man muss ja auch noch ein festmachen ob da alles funktioniert an lichtern ist richtig gut dass sie daran denken das wird aber dann eigentlich schon zum anhänger führerschein machen wollen sie denn auch gleich mitmachen ja klar ist ja normal gehört jetzt so der große trägerklasse dazu dann sind wir bei 7000 bei mir extra also steigen sie meinen diese die ist nur sehr schmutzig an den schutzplätzen so dürfte man normalerweise nicht kommen ja die war vorhin im einsatz deshalb wir befinden uns auf privatgrund alles aus wann blinker ist ein blinker links rechts aus bremse okay gut dann fahren sie mal hier kommen sehen sie hier die zwei abteile also in der in der scheune gibt es zwei abteile da gibt es zwei hier hinten genau bitte links einparken auf die linke fläche und vorne rechts das ist schon was anderes hier mit zu fahren oder anstatt mit so einem normalen ja mit dem gelick geht geniecklenker mit so einem geniecklenker sind wir ein bisschen schwerer ok passt warten sich noch gerade so wird und raus sieht gut aus gut dann mache ich die papiere noch fertig die papiere noch schnell fertig im büro sie können derweilen kaffee trinken kommen sie mit ja aber führerschein ist soweit bestanden den haben sie soweit bestanden und das bild von ihnen haben sie da eins dabei haben sie doch mal alten führerschein können sie das doch gleich drauf gucken so geht es nicht der wird neu ausgestellt ja gut dann habe ich hier aber da haben sie dann ihre alten klassen auch dafür wenn ich das bild hier von ihrem alten führerschein angucken ja dann brauchen sie auf jeden fall ein neues bild hier haben sie doch ein neues danke aber ich hab dann gedacht achtung seien ich kommt ja nicht best ok kommen sie mit rein wir können ja ein bisschen verarschen dass sie einen neuen trecker dahinten gekauft haben so mache ich vielleicht aber sie dürfen ach so moment im kaffee hole ich ihnen kurz nehmen sie einfach schon mal platz hier bitteschön frische bohnen lassen sie sich schmecken ja danke komm gleich wieder ja eigentlich eigentlich hatte ich schon ein bisschen angst um mich aber naja ich konnte ja wenigstens ein bisschen schlafen so herr richter ja ich habe alles der kaffee auch gut gut ich habe soweit alles eingereicht sie kriegen 7000 euro ja der führerschein wird dann gedruckt und wird ihnen nächste woche zugestellt ja aber ich habe ja schon die papiere da habe ich dann auch schon mit dem papier entfahren genau da haben sie gut aufgepasst da wollte ich sie mal testen sie sind kein polizist mehr denken sie daran ja ich weiß ich wollte sie nur mal testen wie das wissen und natürlich weiß ich das bin ja nicht doof die beiden überweise ich gerade noch mal einen Moment überweist ich gerade noch mal die steuern bauern siebenhundert überwiesen gut in guter Prozent jungen auch um den Prozent Quadrat könnten sie gerade wieder mitnehmen ja ich muss ja eh nach ihnen wohin wo ist mein Auto hin ich schaffe ja eigentlich gar nicht fahren haben sie recht Mist ich rufe mir ein Taxi äh nee warten sie ja dann steht das Ding hier unten ah wissen sie was was ist ja keine Polizei da fahren sie damit sie sind ja die Polizei ja aber ich bin ja außer Dienst aber sagen sie es keinem nee aber sie halten auch die Klappe her sonst bin ich meine Führerschein-dingslos ja ich halte auch meine Klappe gut dann Ihnen noch einen schönen Tag ebenso tschüss 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 た bis in ich wollte mir gerade mal das äh LO angucken hat mir gesehen dass ihr mit dem Auto weg geflipst bist ähm ich hab jetzt endlich mal ein bisschen Zeit nach uns am hof zu gucken hast die holz weggefahren bis wir sind weggefahren der holzahnger steht noch da Okay dann fahr ich mal drin und hast du gesehen was der jürgen so gebaut hat ist das ok er hat so wie ich das gesehen habe nur einmal an dem kleinen baumstämmel lang gezogen und mehr ist glaube ich passiert gesagt er ist fertig da bin ich mal gespannt ich weiß nicht ob er auch nur das machen sollte ich weiß er sollte im grunde einmal einen kreis machen und dann eine einfahrt ja das hat er klaue gemacht also den kreis hat er definitiv gezogen gut beim sägewerk hast du aber nichts gesehen dass damals was man da irgendwas machen müssen ne habe ich jetzt auf die schnelle nichts gesehen ich hole mal das holz das holz dann einmal zum sägewerk und dann paletten rüber wahrscheinlich okay gut das heißt du guckst dir sein uhr an ja ich bin halt überlegen was man noch tun müssen ich schaue mir zuerst wo oben ist vorst gebietern und dann bis später bis später so das ist ein bisschen merkwürdig heute das ist so krass und gilt aber ich muss auch ganz ehrlich sagen das ist so ein bisschen ich fahre mal gerade rechts ran das ist auch ganz ehrlich so ein bisschen ein belastungstest vom server weil wir sind heute tatsächlich 2 4 5 6 7 8 neun 10 11 12 13 14 leute gleichzeitig auf dem server überall bewegt sich was überall wird was angepflanzt gearbeitet was auch immer hier stehen gerätschaften rum wie viel auch immer also das ist heute schon recht 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 heftig ich fahre mal gerade zum hans peter da kann es ja fast nicht fahren da kann es ja fast nicht fahren da muss glaube ich gleich nochmal rechts ran fahren da muss ich gerade nochmal telefonieren hallo hier ist ein neumann hallo ja neumann äh haben sie gerade auch so probleme ja krass hat glaube ich jeder hier ok irgendeine idee für eine ursache also dass bei ihnen 10 millionen sachen rumstehen ja ist nicht aufgeräumt ne ich bin also sirenen können nicht an sein ok also sind keine an hm muss an irgendwas anderes liegen ok gut dann probiere ich mal weiter ob sich's gelegt ja aber ich vermute irgendwie eher nicht ok gut bis dann mal tschüss 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 ok das ist natürlich jetzt ärgerlich jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's ja ja welches fahrzeug wurde gerade abgestellt also ich habe gerade die rundum leuchte vom gemoddeten john deere ausgemacht und sonst aber fahrzeuge nix irgendwie abgestimmt ne gerade war es kurz weg sonst nix ne kannst du mal rumrufen und gucken was gerade ausgemacht wurde oder aus und wieder an also weil jetzt ist er wieder da irgendwas was gerade aus war und nochmal testen danke ja gerade war es ganz kurz weg ihr seid halt jetzt gleich bei einem live test mit dabei irgendwas schneider fährt mit hermann ja wir haben den fehler gefunden jetzt ist es wieder da der service anhänger liegt in denen liegt es sobald man den aufklapp leckt ist okay ähm gut passt dann sollen sie den wieder zumachen und sich eine werkstatt hinstellen jo gut danke bitte ja optimal jetzt ist vorbei krass ja gibt's ja nicht aber ist tatsächlich so also jetzt läuft wieder alles wunderbar ja und ja 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 Hallo? Ja, Jürgen, servus. Moin. Du, ich hab gehört, dein Anhänger macht Probleme. Ja. Ich mach da eine Schnelllösung. Die Gemeinde subventioniert dir eine Werkstatt. Das ist aber Ehre. Ja, aufbauen musst du aber selber. Ja, geh schon. Weil ist das sinnvoll. Ja, ja. Okay. Jetzt schon wieder. Ja, ja. Wir machen zu. Ja, nicht mehr aufmachen. Jo, klar. Du überweist schon mal Geld, ich brause. Jo, mach ich gleich. Moment. Bin gleich angekommen. Ich bin grad in der Kurve, da ist schlecht das Lenkrad loszulassen. 28 K. Jo, schick ich dir. Mach ich gleich per sofort Überweisung. Und noch Momentobrego. Jo, ja. Kein Stress. Und. So. Ja, ist es. Da. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss. Äh. Oh, dann machen wir den. So. Dann. So. Überweis ich dem das gerne. Äh. Puh. 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 Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? 28.000. 20.000. Und. Gut. So. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ruhig halt den Katalog. Hans! Das Ding lässt sich nicht kennen. 2.500 kostet das. Das andere kostet 5.000. Das ist ja dann okay. Kriegen wir das in Deutschgrün? John Diergrün? Guten Tag! Hallo Hans! Moin, Moin! Moin, Moin! Ah, Moin. Du, ich bräuchte einen Mulcher. Was hast du denn da im Angebot? Ich hab grad schon mal in den Katalog geschaut. Ich hab grad schon mal in den Katalog geschaut. Und mit Arbeitslicht bitte. Kann nämlich auch sein, dass ich mal nachts arbeiten muss. Jo. Ansonsten, wie laufen die Geschäfte? Jo, geht's. Nicht so viel zu tun. Nö. Hm. Ist gut oder ist schlecht? Kommt drauf an. Auf was? Wie der Wind steht? Oder? Nee, nee. Äh. Ops. Äh. Warte. Es ist halt gut, weil ich dann nicht so gestresst bin. Sondern, äh. Aber es ist halt schlecht, weil ich dann kein Geld verdiene. Das ist wohl wahr. Okay. Hast du bestellt? Hm. Gut. Dann danke ich dir schön. Ähm. Warum steht denn dein Quadrak hier? Weil ich nicht. Okay. Gut. Sag's mir noch kurz, was du an Steuern kriegst. Oder Gewinn. Ich bin kein menschlicher Zeichenrechner. Ich schick dir das einfach später per Rechnung. Okay. Ich warte. Gut. Dankeschön. Tschö. Tschö. Gut. Haben wir einen Mulcher auch noch gekauft, ey. Moment. Wie umsteht denn das Ding? Go on. So. Ah. Ab geht die Luzi.